Wenn jemand auf Shanghai reisen darf, wäre es etwas vom Grössten. Wir haben hinter Shanghai grosse Produktionsstätten. Wir haben über 4'000 Mitarbeiter in China stationiert. Wenn man sich nur vorstellt, dass die Chinesen vorbeikommen dürfen, dann ist es eine ehrenvolle Aufgabe für alle, die hier teilnehmen. Die ersten zwei Tage waren in zwei Jahren etwas kritischer. Heute ist es sehr gut, auch für eure Zeit. Der Niveau war ziemlich hoch. Es war eine sehr interessante Woche für mich, mit allen diesen Kandidaten zu challengen. Das wäre ein sehr guter Erinnerung. Wir sind sehr motiviert und werden alles machen. Wir haben uns vorbereitet und bereitgestellt für Shanghai. Ich habe nicht erwartet, dass ich Gold gewinne. Ich dachte, ich werde sicher gut sein, weil ich mit Glück durch das Protest. Vor allem, wenn man die erste Aufgabe gesehen hat, hätte ich nicht gedacht, dass es trotzdem noch reicht. Und ja, mega gut.